Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Power BI Desktop Tutorial. Ja, heute geht es um folgende Fragestellung und zwar, kann man denn ein sogenanntes Ringdiagramm, also dieses hier, oder auch Donut Chart, ja, das wird zwar auch oft genannt, entsprechend, kann man das entsprechend, eine, ja, Grenzwerte kann man das einfärben. Also zum Beispiel grün, rot und entsprechend gelb, je nachdem. Und das geht. Und zwar habe ich hier mal folgendes Beispiel. Ich habe hier meinen Umsatz, den ich darstelle, und ich sage einfach mal, oder meine Grenzwerte sind gerade, wenn der Umsatz größer als eine Million ist, soll das ganze Ding grün sein. Wenn er zwischen einer Million und 500.000 ist, dann soll das ganze hier gelb sein. Und ansonsten soll das ganze rot sein. Und jetzt zeige ich euch mal, dass das funktioniert. Also ich klicke jetzt hier mal drauf. 2020 zum Beispiel haben wir hier einen Wert unter 500.000, das ganze Ding ist rot. 2021 haben wir beispielsweise einen Wert über, in dem Fall, 500.000, das ganze Ding ist gelb. Und in dem Fall 2022 wäre es wieder rot, aber wenn ich entsprechend zwei Jahre auswähle, zum Beispiel die beiden, dann habe ich hier einen von 1,09 und das ganze Ding ist entsprechend grün. Und in Power BI ist es ja so, wenn ich alle Filter rausnehme, dann ist automatisch alles ausgewählt, dann sind wir wieder bei dem Gesamtumsatz über alle drei Jahre, und das ist ebenfalls grün. Also ihr seht, das ganze funktioniert. Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, wie geht denn das eigentlich? Weil das ist nämlich nicht standardmäßig in Power BI so möglich. Und ich zeige euch mal, wie ich das gelöst habe. Also zum Verständnis, wenn ich mir mein Ringdiagramm anklicke, habe ich hier drei verschiedene Werte drin, und zwar grün, gelb und rot. Gut, diese Werte habe ich entsprechend hier einfach dann auch über die Segmente entsprechend hier einfach den Farben zugeordnet. Da könnt ihr natürlich auch andere Farben wählen. Also ihr müsst nicht diese Farben wählen, das sind nur Beispiele. Der Punkt, den ich hier habe, ist diese drei Kennzahlen hier. Und grün, gelb und rot, die sind alle ähnlich aufgebaut. Die sind hier oben drin in meiner Measure-Tabelle. Und wenn ich mal eins davon anklicke, dann schauen wir uns mal an, wie das aufgebaut ist. Also das sieht einfach nur so aus. Ich teste einfach nur, ob der Gesamtumsatz größer als in dem Fall eine Million ist. Dann möchte ich hier eine Eins haben. Und gelb und rot sind ähnlich. Ich zeige nochmal gelb. Gelb ist einfach nur ein Test. Ist denn der Gesamtumsatz kleiner oder gleich eine Million? Und zur gleichen Zeit ist er größer als 500.000. Oder größer oder gleich 500.000. Ja. Und rot eben sprechen dann unter 500.000. Und die habe ich dann alle drei in diese Werte rein und eingefärbt. Und auf deren Basis quasi kann ich dann eben unterschiedliche, in dem Fall Kennzahlen, nämlich grün, gelb oder rot, anzeigen. Je nachdem, was ich eben durch andere Filter, in dem Beispiel meinen Datenschnitt entsprechend filtere. Weil dadurch verändert sich natürlich diese Kennzahl. Und an diese Kennzahl sind ja diese Farben gebunden. Und so kann ich dann entsprechend dieses Ringdiagramm farblich auch anhand eines Filters ändern, wenn ich das möchte. Und für diejenigen von euch, die das mal ausprobieren wollen, tut das gerne. Und dann werdet ihr auch sehen, dass das standardmäßig nicht in diesem Element möglich ist. Und genau deswegen ist es so interessant, wie man so etwas lösen kann. Ja. Also, wie gesagt, schaut mal nach, wenn ihr mir nicht glaubt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und bitte abonniert euch den Kanal. Freut mich immer sehr, wenn neue Leute zukommen. Das zeigt, dass Interesse da ist. Und sich eben auch die Anstrengung lohnt, quasi diese Videos zu produzieren. Vielen Dank, auch für die Unterstützung dafür. Bleibt gesund. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.